Herzlich Willkommen zu einer neuen Daily Dax US Morning Ausgabe heute am Mittwoch, dem 23. November 2022. Wir blicken zunächst auf den amerikanischen Dow Jones Index. Gute Stimmung gestern. Der Index kletterte um 1,18% nach oben und legte somit um 397 Punkte zu. Damit sehen wir eben, dass der Index nun in die thematisierte Widerstandszone eintaucht. Wie 30, 2, 34, 3. Das ist der thematisierte obere Punkt, um den es hier geht, den der Index letztendlich knacken müsste. Aber wo ich eher davon ausgehe, dass es zunächst einmal weiterhin eine Herausforderung bleiben dürfte. Dann, wenn Sie gestern bereits meiner Ausgabe gefolgt sein sollten. Dort hatte ich, anhand auch des Wochencharts war es, aufgezeigt gehabt, dass man ein wenig vorsichtig sein sollte als Bär. Denn der Index aufgrund des sehr, sehr steilen Abwärtstrends könnte sehr, sehr leicht nun zum Ausbruch ansetzen. Und prompt sahen wir eben jetzt gestern bereits den ersten Anlauf. Man setzt hier eben mit einer Gegenbewegung an. Und man sieht jetzt auch nochmal im Tagesschart eben dann, wenn wir uns auch die Tagesperformance eben anschauen, gestern ein Kursplus von 171 Punkten oder 1,48%. Und damit bringt man sich eben hier auch wieder in Stellung. Vor allem könnte man es eben schaffen, mit einer möglichen eben derzeitigen kurzfristigen Bodenbildung, um eventuell 11.500 Punkte herum, sich hier ein Sprungbrett nun aufzubauen. Aber natürlich hängt das natürlich auch viel davon ab, wie die großen Tag-Titel hier mitspielen. Und man ist überall an wichtigen Widerstandsmarken eigentlich auch wieder unterwegs. So auch bei Microsoft. Man sieht es eben hier. Dieser Bereich beginnend von 247 bis 250 US-Dollar, der ist sehr, sehr wichtig. Denn erst wenn diese Marke eben durchbrochen werden sollte, deshalb setze ich mal bewusst den Pfeil erstmal darüber, dann wäre eben allein schon dieser Sprung wieder in die Region von 265 US-Dollar möglich. Aber man muss eben jetzt diese Widerstandszone aus dem Weg räumen. Andernfalls heißt es eben wieder auch für Microsoft zurück auf 234 US-Dollar im kurzfristigen Zeitfenster. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.